Ahoi! Chris ist größer als ich, glaube ich. Einen wunderschönen guten Abend euch allen zusammen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben heute einen weiteren flauschigen, knudligen Atelier-Tag. Ich sehe genauso aus, wie ich mich fühle übrigens. Das dürft ihr raten, wie ich mich fühle, wenn ich genauso aussehe, wie ich mich fühle. Katze? Die Katze? Was Katze? Wo Katze? Ah, okay. Ah. Ich... Ich sollte vielleicht... Ich sollte vielleicht... Was sollte ich denn vielleicht? Mein Kopf hängt. Ach ja. Ja, eine Geschichte von der Arbeit. Gerade eben auf dem Heimweg erzählen. Und ich raste jetzt ein... Hallo-Allo-Kart. Mein Kopf hängt. Ach ja. Ich wollte statt dem Handy auf der Arbeit nüt nehmen, meine Maus vom PC. Jetzt wisst ihr etwa, wie mein aktueller Status ist. Wieso time-outest du Leute? Wieso time-outest du Leute? Und wen hast du getime-outet? Ja, oh je. Also ihr könnt euch heute auf einen sehr, sehr, sehr lustigen Abend einstellen. Ich glaub da ist ein Chris. Guck mal, da ist ein Chris. Das macht komische Gesichter. Rechnet einfach nicht mit meinem Verstand. Aber ich habe mir vorgenommen, dass wir heute so ein bisschen die Ausrüstung aufbessern von den Charakteren. Demnach müssen wir wahrscheinlich ein bisschen Geld farmen. Und Materialien farmen. Und wenn wir dann gute Ausrüstung haben mit allen, dann... Dann machen wir weiter. Findet ihr, dass es gut? Oder findet ihr, dass es schlecht? Ich finde es gut, aber ich sollte das Spiel im Ohr haben. Und mein... Mein Kabelsalat? Das ist mein Kabelsalat. Nein, kein Logik. Tut mir leid, Mel. Es tut mir so furchtbar leid. Irgendwann. Ähm... Aufrüsten wollte ich, ne? Ich mache jetzt erstmal noch Metall. Müsste hier drunter sein. Was habt ihr heute denn eigentlich... Ne, Metall müsste unter Materialien sein, ne? Genau. Wieso kann ich kein... Black... Black... Oh, ich glaube, das ist das erste, was wir erstmal organisieren gehen. Oder wir gehen erstmal die Sterne abklappern. Gute Nacht, Mama. Schlaf gut. Ja, Logi wäre ein schöner Hasbro. Das stimmt. Ach ja, stimmt. Wir suchen immer noch nach dem... Lebensziel. Hm? Gibt der denn Titel für uns? Was... Was gibt sie uns da? Was gibt sie uns da? Oh? Gurdjian Liquor. Fermenting the Sea Gurdjian Leck. Wessen Bein sollen wir hier... äh... fermentieren? Okay, sie hat quasi was Schwieriges in der Alchemie, äh... als Ziel. Mir macht das ein bisschen Angst. Willkommen zurück, Rage. Mel, wenn du willst, schicke ich dir nachher ganz viele Logi-Builder. Vorausgesetzt, ich volle nicht einfach tot um. Also so tot, müde, kaputt ins Bett. So flock. Und kaputt. Also so richtig flock. Was... was hat er denn gefunden? Ein Buch für uns? Ne, ein Tagebuch? Ah, sein Meister-Tagebuch. Das heißt, das wäre... Tagel. Tagel. Wer ist Harald? Ah, wieso soll ich es haben? Okay. Vielleicht ist etwas Nützliches. Vielleicht neues Metall für mich. Ich könnte das alte schon grad nicht herstellen. Okay. Habe dann wohl Harald vergessen. Ich kriege bestimmt deinen Fanservice bedient, Mel. Ganz bestimmt. Wenn, dann stehst du sowieso ganz vorne an erster Stelle. Wenn, dann stehst du sowieso ganz vorne an erster Stelle. Nochmal Parlament. Oh, oh. Nicht Papa in Spee. Nimmt er sich wieder so komisch? Also... Dass war mir so klar, dass er, wenn wir sagen, wir helfen, dass er direkt Nö sagt. Von meinen Lieblingsspielcharakteren gibt es ja eh leider keine Bilder. Donnie, hallo! Einen wundervlauschigen Abend. Naja, sie hat sie aufgezogen. Demnach hat sie wahrscheinlich sehr viele Sachen. So, dann zurück ins Atelier. Interessant. Stimmt, wenn das jemand was vom Seebeschützer weiß, dann ja eigentlich er, oder? Er hat keine Ahnung, wo ein Finden. Wow. Wer ist ein Arsch? Wops, was sagst du denn hier für gemeine Dinge? Donnie, kann das sein, dass du auch so ein bisschen kaputt bist? Ach, er ist irgendwie schon interessant, ne? Oh, Archimed Riddle gibt uns jetzt bestimmt den Hinweis. Der Ki wäre niemals böse. Er will nur beschützen. Naja, weil du Aus anstatt auch geschrieben hast. Deswegen frag ich. Genau, jetzt haben wir endlich das neue Zeug. Und wir haben so ein paar Sachen dazu bekommen. So, dann müssten wir jetzt. Genau, hier. Du rollst nur über die Tastatur. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich kann mir das so bei dir sehr, sehr vorstellen. Sehr, sehr gut. Vermutlich viel zu gut. Gucke ich erstmal in der Schmiede, ob ich auch irgendwas gerade herstellen kann. Vielleicht schon. på bit 101st期. Jetzt sind die Hit to. Ich bin dreamer geworden. Hier ist die Zeit, die moderne Schmiedsbist interessiert. Leute, die ist nicht so kostenlos. Ach so, ich war gerade auf Kaufen. Okay, den Stab können wir noch nicht, da bräuchte ich Sageherb. Sageherb hatte ich aber scheinbar noch nie, weil es nicht farbig ist. Schön, dass du schreibst, dass du die Bongo-Kette machst und Eli die Bongo-Kette dann macht. Da hab ich ja schon die bessere. Ich hab wohl eigentlich vor gehabt, ihn wieder mal ins Team mit reinzunehmen, ne, dann sollte ich auch sein Schwert machen. Ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen demotiviert von dem Zeug hier, ne. Wenn man da zumindest, da hätten wir natürlich, dann könnten wir zweimal reinhauen, ne. Hier guck ich jetzt mal nach Abilities. Oh, mein Sternchen ist online. Check and Defense wäre ja eigentlich ganz gut für ihn, ne. Dann können wir hiermit noch was hochpushen. Was ist, wenn ich hier jetzt mal noch Eis sortiere? Hat da irgendwas Effektives? Reicht aber auch nicht bis nach ganz oben. Hm. Hat auch nicht irgendwas, was mich jetzt anmacht. oder Lightning? Ja, dann nehmen wir das. Oh, du hast dich morgen ins Programm geworfen, auch noch geworfen. So. Klingt doch eigentlich mal ganz gut. Check Boost klingt auch ganz gut. Das klingt eigentlich auch ganz gut. Da brauchen wir Gold. Puni Ball? Ich weiß, dass es die irgendwo gab. Ich bräuchte mal wieder mein Gehirn, ne. Ich kann mir ein Gehirn ja hier anlegen. Editor. Der gute Editor. Oh, ich habe noch mein zweites Gehirn bekommen. Ich habe nur keinen Stift für das Gehirn. Aber ich habe ja mein Ding hier. Das musst du eigentlich nicht. Aber voll lieb, Schatz. Puni Ball. Wir brauchen auf jeden Fall Gold Puni Ball. Dann brauchen wir hier. Sage Hab. Ich war jetzt übrigens sehr schlau. Ich habe meine Notizen über den Chat gelegt. Da hat nur der Gold Puni Ball gesagt, brauche ich. Das ist der Stab von Rohrona. Oh, den können wir herstellen sogar. So. Wirklich zufrieden bin ich auch nicht, ne. Da ist aber auch nichts, was hier Feuer dazu gibt, ne. Dann versuchen wir es mal damit. Erstmal sanft. Ja. Dann versuchen wir es mal damit. Oh. 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 Für sie auch schon mal wieder einen. ein. Und für Stärkbrauch bräuchten wir... Ah. Oh. 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 Welchen Waffen hatte ich jetzt gerade gemacht? Ähm. Für ihn? Bringt sogar was. Ein Ferorona konnte ich machen. Bringt auch was. Finde ich gut. Wir müssen wieder ins Atelier. Oh, jetzt kommen die zwei zusammen. Wenn von dem Jungen das Gesicht hübscher wäre. So wie von Logi. Omele, willst du mich anknabbern, wenn du keine Ahnung hast? Ich aber auch nicht. Ich hatte heute Mittag... ...hatte ich ein... ...ein Fleischkäsebrötchen... ...und einen sehr leckeren Obstsalat. ...und heute Abend hatte ich Salat. Wieso duellieren sie sich? Okay, wir gehen zum Knall zur Frame. Und was jetzt? Sollen wir zugucken? Sag einfach, ich bin der Gewinner. Wow. Der Stärke hat noch nicht mal widersprochen. Das zweimal Frühstück. Das ist jetzt schon ein bisschen gemein, ne? Wo auch immer die zwei abgeblieben sind. Achso, ja. Äh, Blackroar fehlt uns auch. Das hilft rough? Ja. Achso, ist, weil sich das aufhebt, Wasser und, ja. Das macht Sinn. Hm. Hm. Machen wir mal das. Oh, was ist das? Spelling Power plus... Oh, Floyd. Max HP. Oh, wow. Holy. Wenn so ein Speed klingt, auch immer gut. Willst du ein Rösti? Ich hab ja diesen Menschen daneben dran versprochen, dass wir in den McDonalds fahren am Wochenende. Und da sitzt jetzt gerade da und nickt ganz heftig. Achso, das müssen wir jetzt herstellen. Ach ja, stimmt. Müssen wir jetzt finden, ne? So, wir haben jetzt schon mal das Hilfenzeug. Er hat sich nicht nur wegen seinem Entzug verdient, auch weil er ganz lecker für uns kocht. Das muss man mal dazu sagen. Ganz lieb und lecker. Hm. Wo wollte ich gerade hin? Schmiede, genau. Wir wollten uns ja ausrüsten. Er verkauft nix von diesem Black Ore, oder? Was ich einfach auf Kaufen drücken kann? Nee, aber halt einfach mal Waffen, ne? Ich würde niemals Geld ausgeben. Guck mal, Black Ore. Verkauft. Hier so, ah, hier fehlt mir das Sunlight natürlich noch. Und der goldene Ponyball. Waffeln wären auch geil. Ja, das stimmt. Pfannkuchen hatte ich auch nicht mehr. Da mag ich aber die, äh, Pfannkuchen mit, mit Champignons total gerne. Also schöner Soße und Champignons. Das ist so, nicht Champignons. Pfefferlinge, Pfefferlinge. Entschuldigung, keine Champignons. Ja, das ist voll lecker. So mit einer Pfeffersauce und dann den Champignons. Oder ansonsten Zuckerzimt. Das ist auch in Ordnung. Ich weiß gerade nicht, was ich herstellen wollte. Aber ich stelle jetzt den, den hier her. Nein, nein. Doch, nein. Doch. Stellen wir her. Interessant, feuriges Wasser. Doch, das ist voll lecker. Ja, Spargel und, äh, sowas ist natürlich auch eine Variante. Ja, aber wenn, wenn, dann, ihr müsst wirklich mal mit Pfeffersauce und Pfefferlingen probieren. Nein, das wollte ich nicht. Wie mache ich das dann? Synthesize da. Genau, wir, äh, wir pushen das mit dem eigenen Zeug. Könnte man natürlich machen, ne? Trinkt mir das was? Ne, ich komme nicht hoch genug. Schade. Wäre ja möglich gewesen, ne? Ja, Pfefferling und Pfeffersauce. Hast du gehört. Oh, das, das klingt eigentlich auch lustig, Light of Harmony. So, zum sich ein bisschen schützen. Ich werde auch angestarrt von, 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 von Trim Dragon. Wird immer noch angestarrt. Gut, ich werde, glaube ich, von ganz vielen Menschen gerade angestarrt. Ja, er hat uns gelobt. Bestimmt kommt gleich der, das hinterher. Er ist nett zu uns, das finde ich gut. Okay, das mit dem Aufräumen war der Diss dahinter. Habe verstanden. Ich habe ihn verstanden. Er will, dass ich aufräume. Finde ich nicht nett. Ist da gerade Wasser drin? Verdammt, da ist Wasser drin. Ich will dieses eine Fläschchen nicht aufbrauchen. Zack. So, dann gehen wir mal wieder in den Herstellungs... Moment. Mir fehlte noch irgendwas, oder? Jetzt habe ich es. Gehen wir in die Schmiede. Ich wollte Stärkies Schwert schmieden, ne? Genau. Genau. Voila. Okay. Versuchen wir es mal wieder mit Maus. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Equipment... Hier, so... Thrust, self-thrust... Die, 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 die drei Sachen kann ich mal... Die zwei Sachen kann ich jetzt erstmal rauslöschen. Ne, mag ich glaube ich den Dragon Code gerade behalten. Okay... Hm... Ja, kommt... Machen wir es mal. Fahren wir es uns einfach. Hm. Aber was wäre bei ihr besser? Wer macht das hier, glaube ich. Ja, hier. So, und dann auch eher mal gucken. Den hier. Okay, die sind dann nicht mehr so doll. Zumindest in Anbetracht der allgemeinen Dinger. So, woher kriegen... Ach, gehen wir erstmal ins Parlament. Oh, schon wieder sammeln für jemanden. Habe ich eigentlich neue Jagdquesten für Geld aufgenommen schon? Oh, Moment. Deliberate to Tottori. Dann soll ich vielleicht auch zu Tottori gehen und gucken, ob ich das Zeug habe, wo sie will. Und dann... Oh. Weit. Item. Was brauche ich jetzt? Goldpuniball. Cheerio. Okay. 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 Das finden wir natürlich beim goldenen Puni, was uns allängst nicht angezeigt wird. So, dann muss ich nach Monstern suchen. Goldpuni befindet sich irgendwo da unten bei uns. Okay. Das ist gut. Glaube ich. Ich will irgendwas, ich weiß aber nicht was. Ach so. Okay. Buch. Nehmen. Zeug auseinander. Ah, da ist das im Buch. Hier müssen wir das goldene Puni sein. Da hinten sind wir geschnetzelt worden. Ähm. Ähm. Ach so. Hä? Ne? Hä? Hä? Was geht hier gerade vor sich? Bin verwirrt. Kämpfen wir einfach gegen die Pilze und hinterfragen das nicht. Kämpfen wir einfach gegen die Pilze und hinterfragen das nicht. Wieso macht sie es manchmal eigentlich und manchmal nicht? Das ist auch voll fies, finde ich. Das ist so viel Material. Das war die Monster besiegen für das Ding. Ich glaube irgendjemand hat viel kaputt gemacht. Der kriegt keine Luft mehr, so wie es aussieht. Mit den Nachthiedel. Ich glaube, Stärki hat eine sehr, sehr harte Lebenskrise, oder? Eine wirklich sehr, sehr harte. Ich glaube, das war eine Warnung. Ach, Stärk. Er ist so niedlich. So, wir wollen dieses goldene Puni da oben. Ähm. Dieses goldene Puni da oben. Wo muss ich denn hin? Ah, da. Das wird doch eigentlich gleich tot sein, oder? Oh, das war resist. Wir haben es immerhin gestunnt, auch wenn es gleich nicht mehr gestunnt ist. Wir haben keinen goldenen Puni-Ball bekommen. Das finde ich jetzt nicht so gut. Also einmal raus und rein wieder. Ich glaube, das funktioniert mit einmal kurz raus und rein. Ja, ich bin schon wieder dran vorbeigelaufen. Ach, warum kriege ich jetzt keine goldenen Puni-Bälle? Das ist doch Betrug. Das Spiel betrügt mich. Das Spiel betrügt mich. Jemand weiß nicht automatisch jetzt langsam, wo ich laufen muss. Eigentlich zerstören wir gerade die ganze Zeit die Puni-Bälle, weil wir zu hart zuhauen. Wir haben einen, aber erst einen. Wir können mindestens noch einen. Oh, das war ein normaler Puni. Nochmal kaputt. Ich habe gesagt, mach kaputt, nie lass stehen. Ich habe gesagt, mach kaputt. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Das war ein normaler Puni. Wann sind wir? Ich bin nervös. Ponyball, bitte. Ich brauche ihn. Ich will ihn zumindest. Rare Drop klingt ja eigentlich mal gut, oder? Naja, war nicht so gut. Ich will keine Rare Drops mehr, wenn ich dann keine Ponybälle krieg. Moment, ich habe es vorhin nicht gehauen, als ich den Ponyball gekriegt habe, ne? Vielleicht hat das was damit zu tun. Moment, das war ein Resist. Nicht so gut. Aber egal, tot. Ponyball, Ponyball, Ponyball. Ach, komm schon. Ich glaube, am Abend tut es nicht mehr auftauchen. Ich darf jetzt mit dem einen Ponyball mich verkrümeln. Oder? Moment, doch, da steht es noch. Da ist ein goldenes Pony. So, jetzt gucken wir mal, ob ich jetzt einen Ponyball kriege, wenn ich es nicht haue. Drückt mir die Daumen. Yes. Das ist jetzt wirklich ernsthaft? Die Taktik? Dass ich es nicht mit dem Stab hauen darf? Wenn das jetzt wieder funktioniert. Dann fahre ich vom Glauben ab. Okay, hat nichts damit zu tun gehabt. Hätte ja aber sein können. So, dann kann ich jetzt die nächste Waffe. Immer kurz ein Abstecher zu Aholo. Vielleicht können wir ein bisschen Geld sammeln. probieren wir es in einer schlechten Qualität. Oh, oh. Vielleicht noch etwas bessere Qualität? Noch bessere Qualität? Ja, okay. Bubbles. Bubbles. Die Sachen geben halt schon einiges an Geld, ne? So ein bisschen. So, Schmiede. Und Waffe. War ja... Sie hier, ne? Genau. Hmm. 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 Ja gut. Leider nur zwei Sachen hinzufügen können. Dann fehlt jetzt nur noch Lulua's Fafo, oder? Da können wir das Item gerade noch nicht. Wir können mehr mitnehmen. Nehmen wir dann mit. Nimm den hier einfach mal mit. Und das letzte, was wir mitnehmen, ist... Nehmen wir das noch mit. Nehmen wir einfach mal alles mit. Nehmen wir auch mit. Ich weiß zwar nicht, was ich damit tue, aber ich nehm's mit. Immer speichern. Und versuch's nochmal mit dem neuen Gebiet. Ich hoffe, dass ich nicht wieder genau so weggeschnetzelt werde, wie beim letzten Mal. Vielleicht gibt es dort ja auch mein Sage-Sharp. War das neue, ne? Genau. Ohne ein Steinnest. Aber die Bären waren ja schon beim letzten Mal relativ heavy. Oh, das ist ein besonderer Bär, der da steht. So, wünscht mir Glück. Und dann ist kein Direkt-Tot. Glaubst du auch nicht, dass die Healing-Bell wirklich fiel? Okay, hat schon ein bisschen was gemacht. Eigentlich will ich ihn grad gar nicht... Hab ich hier mit ihm irgendwas wohl? Dinge, die man ausprobieren möchte. Level runter und Death runter. Das klingt ja eigentlich mal gar nicht so schlecht, oder? Aber können wir gleich wieder gegenarbeiten. So, das läuft's gleich nochmal. Genau. Hat er nicht gestunnt. Aber gut, dass er Sturkey angegriffen hat. Ah, das Fiel ist grad gestunnt. Gleich ist es eh nicht mehr gestunnt, dann kann ich auch angreifen. Ah, ich muss aber Shuffle machen. Könnt ihr diesmal gewinnen, oder? Ja, da bleibt Block da. Aber nicht. Komm, 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 diesmal gewinnen wir gegen ihn. Oh, das war genau zur rechten Zeit. Dass wir irgendwie mehr Leben dazu bekommen, kann das sein? Oder irre ich mich? Ouch. Ouch. Corona ist gestunt, das ist jetzt nicht so, ähm, Corona sag ich, Lulua, jetzt nicht so, toll. Wärst du da garantiert irgendwas umwerfen? Oh, oh, oh ja. So, wie geht's das? Da kann noch niemand was noch da näher. Damit auch nicht. Nee. Könnte ja sein, dass irgendwas dazu zu reißen vielleicht doch nützlich ist. Gucken wir mal, gucken wir uns das mal an, wie das bei Rorona aussieht. Oh. Hallo. Ich bin zu zweit. Das sieht irgendwie wirsch aus. Aber ich glaube nicht so wert, dass die Leute dann gerest werden jetzt dadurch noch, oder? Nee. Ja, nur geheilt. Und ziemlich viel Zeug nach oben. Wir haben gewonnen. Ich hab das blöde Vieh. Ja, nach dem Kampf wär ich auch hungrig. Kann ich gut verstehen. Regenbogen von mir. Ich wollte auch nur eins. Ah ne, mehrere. Nur weil ich es jetzt dran neu hab. Stimmt. Verdammt dunkel hier drin, ne? Ah, okay. Oh, da sind Federmäuschen. Ach die genauso stark sind wie das andere Zeug. Ich habe Angst. Wir finden es raus. Ja, zumindest ein bisschen. Oh. Release ist. Nehmen wir doch mal. Gehautsch. Dann tötet die uns jetzt. Boah, 100 mit einem. Wow. Einmal mal ein Blur, bitte. Huch, was war das Kader? Hm, tauschen wir mal gegen Rokon an. Ich sollte ganz dringend stär- So viel zu, ich sollte ganz dringend stärke. Ich brauche dringend etwas, das resten kann. Einmal in die Luft sprengen, bitte. Was, ist es nicht tot? Warum? Hör auf, mich töten zu wollen. Ist das nicht nett? Hier sind lauter böse Viecher. Ich war eigentlich auch noch nicht, oder? Ich brauche zu sein, nein. Ich habe das Neus. Ich habe das Neus. Wenn ich jetzt zumindest soweit wäre, dass ich die Spezialattacken einsetzen könnte, ne? Meine Stats sind ja schon mal gut, wenn man die drauffuschen kann. Ich glaube, die Viecher sind einfach alle hier so stark, kann das sein? Oh ja, okay, das scheint mit dem Release zu zählen, nehm ich an. Ja, nun. Kostet alle Schaden. Was für das Elektroimmun fällt mir jetzt auch gerade auf. Hat es gerade gar keinen Schaden gemacht, kann das sein? Ähm, hey? Alles Stats runter finde ich jetzt nicht nett. Genau, resistent gegen Elektroattacken. Aber egal. Solange man ein bisschen Schaden machen kann, ist ja schon gut. Wenn wir es töten, dann ist es gut. Sagen wir es lieber so. Möchte ich gegen dich kämpfen? Ich muss, ne? Oh, nee, ich muss nicht. Ich kann auch einfach weiterlaufen. Die kleinen sind nicht. Sollte aber wahrscheinlich doch erstmal hier. Oh, es wird so höllenhaft. Resist finde ich jetzt schon mal nicht gut. Okay, machen wir wieder einmal Release. Irgendwie mag ich das am Anfang, damit wir die Stats hochkriegen. So, das war ein P hoch, glaube ich. Genau. Aua. So, ein bisschen. Aua. Ich meine, das finde ich ziemlich geil. Boah. Da bekommt aber auch nicht viel Schaden. So, ich hoffe, Lulua fällt uns jetzt nicht um. Okay, er hat nur einmal kurz. Ich hoffe gerade bei jedem einzelnen Gegner, dass ich es überlebe. Echt fies. Das ist. Das ist. Habe verstanden. Werfe Fässer. Dann halt nochmal Release. Dann machen wir das halt so. Aber das macht ja relativ viel Schaden an ihm irgendwie. Jetzt zu zweit. Dann machen wir das halt so. Heilen am besten. Heilen am besten. verbittert. Ich hoffe, dir geht's gut. Und jetzt Zerky hat das gut überstanden. Machen wir. Okay. Me Фάν? Banner-Reg her. Och, danke schön. Corona, du bist eine Heldin. Ich würde Sterkys Attacke jetzt gerne nehmen. Die er scheinbar nicht hat. Nun. Warte, dann nehmen wir das Stunt jetzt als Möglichkeit. Na gut, dann nehmen wir halt die Million Midnight's. Ich glaube, ich habe sehr viel Schaden ausgabe. Naja, ich brauche jetzt nicht viel Schaden. Aber, ach nee, stopp. Was heißt, wir kriegen hier? So eine Heilung wäre halt auch was Geiles, ne? Aber Healing Bell haben wir jetzt gerade ja schon aufgebaut. Und tot. Gott sei Dank. Aber es gibt halt auch extrem Belohnung dafür. Ah, wieso ist hier keine Kist? Da hinten ist aber eine Kist. Hier ist das dann wahrscheinlich weiter unten, oder? Verdammt, ich wollte da eigentlich dran durchrennen. Oh ja, ist gut. Ähm, hatte ich nicht noch. Hat sie nur einen in Use gehabt? Oh ja, ich wollte das nicht gerade aufs entschieden haben, ihn zu heilen. Tut mir doch nicht weh, ihr blöden Viecher. Ach komm schon, es hätte doch was kaputt gehen können, oder? Ah, diese Level-Ups gerade. Dämon-Alchemist. Haben wir erhalten gerade. Nun. Ja, Rona kann einem manchmal schon dämonisch Angst machen, ne? Das ist aber auch kein... Keine Truhe gerade. Und drüber vielleicht? Nee, oder? Ich nehme da irgendwie hoch. Oh. Komisch. Wieso sollten wir zurück in den Workshop, wenn es gerade dark wird? Ich will nicht zurück in den Workshop. Außerdem ist hier schon die ganze Zeit dunkel. Oh. Hallo? Resist. Lock. Release finde ich eigentlich einen ganz guten Skill mittlerweile, den man als allererstes nehmen sollte. Das arme Fass hat es nicht besser verdient. Erwischt das beide damit? Ne, er hat nur einen erwischt, ne? Ich hab's auf Stärke abgesehen. Wir haben es definitiv auf Stärke abgesehen. Findet Rorona aber glaube ich nicht so toll. Okay, die sind gerade beide. Dann, das nutzen wir jetzt. Wie gesagt, das nutzt sich jetzt, dass die gestern sind. Okay, jetzt sind sie nicht mal gestern. War ja auch zu schön gerade. Du bist echt fassungslos. Was ist nun? Das ist dann wohl so. Aber ich glaube, ich möchte Flucht angehen, wenn ich sehe, wie wenig ich den was jetzt abgezogen habe. Mami, 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 ich will hier raus. Ich fühle mich gerade nicht wohl. Oh, haben wir da viel ausgegeben gerade, Schatz? Okay. Ach, mein Büchlein schreibt noch auf meine Zart. den tränen okay ist die team will hat nicht geklappt reise mal wieder durch die gegend ein bisschen ein hooligan wird als verprügelt wollen die zwei jungs nicht eigentlich miteinander kämpfen so schnell geht das was sollte er sehen der gute geo können wir ihn auch treffen genau der könig von ala und wie hat er ihn besiegt so ateliere rona hat mami bestimmt wieder was für uns packen wir kuchen oder wir essen kuchen kuchen wäre jetzt so geil okay jetzt warum hat sie uns adoptiert wenn sie weg ist fängt man aber keine zeit zusammen verbringen genau sie ist aus dem waisenhaus das frixell familien kuchen rezept das von rona stammt sie steckt alle mit ihrem kuchen an frixellkuchen frage mich was in dem frixellkuchen da was drin ist ich bin ganz frixellig der ist gar nicht bei usables um ich bin ein bisschen verstört mir fehlt honig finde ich jetzt nicht gut ich mag rohonas japanische beziehungsweise ich komme halt weil ich die englischen stimmen gewohnt bin gar nicht mit den japanen weil ich die japanischen stimmen gewohnt bin gar nicht mit den japanischen klar so rum aber das sind wahrscheinlich jedem seine eigenen vorzüge die man so hat ja 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 na das ist Genau, und hier haben wir auch noch die ganzen Deliveries und Zeug. Das sind die Japaner halt einfach. Das ist eine ganz andere Sache als hier bei uns. Vor allem, wenn man dann mal weiß, wie alt die Synchronsprecher wirklich sind, dann fällt man mal gern vom Stuhl runter. Wo halt teilweise auch irgendwelche Fünfjährigen von Fünfzigjährigen gesprochen werden. Und auch für Klingen wie Fünf. Ich habe auch schon mit alten Frauen gesprochen, die 90 waren. Die haben vielleicht gerade mal wie 20 geklungen. Guck mal nach der Sprecherin von Escher. Beziehungsweise Escher, richtig gesprochen. Ich sage irgendwie automatisch mal erst mal Escher, bevor ich Escher sage. Ich finde es vor allem auch schön, wenn sie halt die alten Sprecher auch wirklich wieder nehmen. Ich muss mal was gucken. Ich muss mal recherchieren. Oh, Autsch. Kennt ihr das, wenn ihr Bein plötzlich stirbt? Mein Lieblingsteil bleibt ja immer noch Aesha. Und ich mag, also ich mag den Anime sehr, sehr gerne von Escher und Logi. Ich glaube, wenn man jetzt mal guckt, die Sprecherin von Frau Rorona, die ist auch schon fast 40, also 39. Ich finde, Sophie sieht hübsch aus, aber es ist nicht mein Lieblingsteil. Auch wenn es ganz nett gemacht ist. Und mit Charlie... Charlie ist ganz nett, aber hat mich jetzt auch nicht von der Socke gehauen. Was wollte ich gerade machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte mal in die anderen Städte rein, genau. Fand ich das von hier? Einer? Ich glaube, ich muss kurz mal raus. Zumindest in die World Map. Und von dort kann ich, glaube ich, reisen. Basket kann ich dann. Und das hier noch. Ich fand Aesha von den Charakteren so faszinierend. Das war so toll gemacht, finde ich. Okay, ich könnte mir... Moment, hatte ich eigentlich irgendwas in der Produktion bei ihm? Ich glaube nicht. Und ja. Lulua ist zu Hause. Ich habe... Aesha war wirklich der Teil, den ich am meisten durchgesuchtet habe. Ich habe Angst davor, wenn ich ihn wieder auf dem Film spielen sollte. Da sind wir immer noch an einem Grund zu leben. Ach, Corona. Sie ist so süß. So schnell ist man vernichtet. So schnell ist man vernichtet. Was ist der Lebenssinn von Rorona? Ja, Kuchen. Was kriegen wir jetzt von ihr? Auch wieder ein Rezept. Philosophers-Pei. Anjaja Philosophers-Tone. Ich bin gerade so ein bisschen kaputt gemacht worden vom Spiel. Es ist Kuchen-Zeit. Ich glaube, von Rorona war das nur ein Trick. Ich könnte gleich mal noch kurz in den Läden hier durchgehen, ob es irgendwas Neues für mich gibt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Sachen abgeben kann. Oh, Zeit vergeht. Vielleicht muss einfach ein bisschen Zeit vergehen, dass wir das lösen können. Komm ja klar, dass ein Philosopher-Stone braucht. Wo kommt Stärk jetzt eigentlich her? Der ist doch in einer anderen Stadt. Ich finde das gar nicht schlimm, dass sie in den Dusk-Teilen nicht mehr erscheint. Weil Ayesha hat ja auch von sich gar nicht gesagt, dass sie eine Alchemistin ist. Sondern sie war ja eine Apothekerin. Und sie wollte ja nur ihre Schwester wiederhaben. Und ihre Schwester taucht ja dafür bei den anderen Titeln auf. Hoch. What happened? Na, wie sie fleißig ist. Alles dank Papastärk. Für mich ist er einfach Papastärk. Natürlich. Okay, wir sind noch ein bisschen auf den Schäden. Freut sie sich nicht rein, oder freut sie sich für ihre Tochter? Ich glaube, sie freute sich für ihre Tochter, oder? Jetzt haben wir noch einen neuen Teil gekriegt. Oh, 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 da war noch was. Vielleicht bin ich doch ein Stückchen weiter schon, als ich es sein sollte. Okay. Okay. Ich überlege. Nächste Stadt, genau. Gehen wir jetzt erstmal in eine Taverne, ob wir da ein bisschen Geld abstauben können? Oh, Quatsch. Nicht Reap. Ja, davon haben wir so viele, die können wir abgeben. Okay, sonst gibt es allerdings nichts mehr. Dann können wir hier noch einkaufen und in einem Orphanage, ne? So ein Waisenhaus. Oh, ich habe gerade gesehen, wie viel er mich gekostet hat. Das hat wehgetan. Egal. Alles wird gut. So, aber es hat ein bisschen wehgetan. Ganz kleines Biss. So, Weltkarte. Dann gucken wir mal, was es hier gibt. Ähm. Wenn Lami nicht schreibt, dann hört, dann muss ich schreiben. Oh, wir haben eine Halskette gefunden. Okay, jetzt haben wir noch eine Halskette, dessen Besitzer wir finden müssen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Und Pamela, wo ist Devo? Wir waren jetzt schon echt lange nicht mehr bei Pamela. Ach, du heilige, wie viele Kunden hat die denn jetzt plötzlich? Ich glaube, wir haben Geld bekommen. Na. Bravo, Pamela. Es ist schön, wenn man Menschen hat, auf die man sich verlassen kann. Oh. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für den Raid. Hörst du jetzt was, Lami? Lami? Jetzt verkauft sie die Sachen jetzt auch, ist die andere Frage. Hallo, Foto. Wie geht's euch denn? Hattet ihr einen schönen Stream? Und was habt ihr denn gestreamt? Und mehr lebt ihr ja noch. Ähm, 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 Pamela? 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 Bleibst du bitte hier? Pamela? Oh, wow. Oh, nochmal Sky weitergemacht. Okay. Und erfolgreich? Doch sie ist ein Geist. Moment, wir haben... Wir vergessen das immer gerne, dass sie ein Geist ist, oder? Nun. Können wir irgendwas cooles kaufen, wenn wir schon hier sind? Habe ich mal von Geld rauswerfen gesprochen? Ich glaube, du es schon wieder. Ich bin nicht gut für meinen eigenen Geldbeutel. Das ist aber nicht gut, wenn die Bugs sich häufen. Glaube ich zumindest. Müssen wir eine Käfer-Ausrottungsmaschine organisieren. Habt noch eine schöne Nacht. Beziehungsweise wahrscheinlich Schlafgut, nehme ich an. Ich hoffe, die Menschen, die du hier abgeladen hast, haben noch ein bisschen Spaß. Oder können zumindest noch gemütlich einschlafen. Wer ist das? Und was machen die miteinander? Jetzt wird er mir doch ein bisschen suspekt. Der, unser, unser guter Pirat. Also unser guter Pirat. Hat sie es bemerkt? Es wüsste ich auch gerne, was er tut. Was ist das für eine geheime Request? Irgendwann ist es nur ein Request von ihm oder wie? Okay, nee, es ist nur die eine Request, die wir ihm helfen, oder wie? Was? Und denn Monsters? Klinkt gut. Nun, ich habe da die Befürchtung, dass das vielleicht ein nicht ganz so einfaches Monster sein könnte. Die rosa Haare sind halt auch immer noch niedlich. Wow, was für ein Tiss. Pilze, Pilze sind ihre Motivation. Was sind Mehruru-Mag-Pilze? Ja, ob du sie magst oder nicht, Mehruru mag sie. Ja, sie hat lange Haare, sehr hübsche lange Haare. Für sie würdest du dich auch mit Pilzen vergiften, oder wie? Wir haben es offiziell, für sie würde sich Phil vergiften. Ich finde dafür, wir gehen einfach zum Vulkan. Ich glaube, das Buch ist auch dafür, dass wir einfach hingehen. Also, will sie unbedingt hin. Immerhin kein blödes Rezept diesmal. Ich mag halt dieses feenelfenhafte Outfit von ihr total gerne. So. So, Nikos Request. Defeat the enemy with Niko. Nearby Forest, okay. Dann gehen wir uns wohl in Nearby Forest erstmal. Nearby Forest müsste das hier sein, oder? Ja. Nur die Flatterviecher? Ist doch einfach, oder? Garantiert einfach nur die Flutterviecher da umzukehlen. Aber ja, Lulua hat auch allgemein sehr hübsche, lange Haare. Oder kommt jetzt noch irgendetwas, was böse auf uns zurennt? Ernsthaft, das war's? Langweilig. Okay, ist dein altes vielleicht kaputt gegangen? Ja, okay, das alte ist kaputt. Weil... Ich glaube, er hat Angst vor ihrem Schwert. Sie muss eine starke Frau sein. So, Nico ist eine LADY. Ist ihn erledigt, Drache erledigt. Und neues Gebet. Find ich gut. Gucken wir mal, wie gefährlich ist es, oder? Und wenn es das Letzte ist, was wir heute tun. Klick mich mit jedem an. Muss jeder Angst vor mir haben, bin ich der Meinung. Gut, dann, dann, dann. Aber zuerst speichern wir. Oh, äh, vielleicht gehen wir auch noch zu den Sternchen vorher. Wieso können sie jetzt offen darüber reden? Wie sie hinter ihm steht. Ja, wir haben ihn ja nicht dabei, also kann er einige Requests machen, ne? Sie sind verrückt. Sie sind verrückt. Sie sind verrückt. So. Nochmal zu Mero-Ru. Wahrscheinlich wäre was jetzt entsprechend... Wissen, wo es ist? Ah, ne. Ah, ne. Kriegen wir vielleicht dadurch trotzdem ein paar neue Plätze dazu, das wäre auch schön. Der König. Ja. Ja. So was kann, äh, Gast schon. Dass es halt sich selber immer hops nimmt. Da haben sie halt aber auch sehr viel hintereinander gemacht, weil sie einfach viel zum Jubiläum wollten. Und mir als Nicht-Englisch-Mensch fällt das mit den Tippfehlern gar nicht so hart auf. Aber mit, äh, Ryza haben sie halt echt was gemacht. Ich muss jetzt zwar noch spielen, habe es erst, äh, nur angefangen, aber ich finde Ryza haben sie echt super hübsch gemacht. Also da haben sie wirklich was ganz Neues auf die Beine gestellt mit. Man muss nicht immer nur Spiele kritisieren. Ich finde, man sollte auch einfach mal das Schöne an den Spielen sehen, anstatt immer nur die Fehler sehen. Ich fand die Spiele total toll. Also mir hat es echt gut gefallen. Klar hätte man mehr bestimmt machen können, aber ich finde es richtig toll gemacht. Also ich, ich finde da echt schön, was sie gezaubert haben. Hat sie nicht beim letzten Mal auch schon was verloren? Aber ich bin eh jemand, der über so kleine Fehleichen leicht hinwegsehen kann, behaupte ich jetzt einfach mal. mir geht es auch meistens mehr um die Story. Und die, die finde ich echt teilweise schön. Gerade auch wie sie das zusammen, äh, Zusammenkommen dieser verschiedenen Welten an Nelke zum Beispiel gemacht hat, hat, hat mich total begeistert. Er will der allerbeste sein. Mh, was kriegen wir denn? So, das haben wir dann geschafft. Schönen wir mal die Weltkarte. Und da ist wohl der Rukan. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gespeichert habe. Ich gehe jetzt mal dahin. Ich kann ja immer noch wieder zurückgehen, wenn es zu hart wird. Ich bin, ob ich noch nicht die Situation gibt. Hallo! Ich bin, ich meine meine. Ich bin, ich bin langsam abgewählt. Ich bin, ich bin, da ist nur noch nichtаны. Ich bin, ich bin, wenn ich mich den Herzen für mich. Ist das doch plötzlich an? Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin ich. Ich bin, ich bin, ich bin ich. Ich bin, ich bin ich. Ich bin, ich bin ich. Hellbar! Kann man? Ja. Kann man. Ich lege doch lieber gerade erst in die andere Richtung. soll doch glaube ich irgendwie die weltkarte ah ja okay ist egal in welcher richtung ich lauf und wieder mehrere nun übersehen wollte eigentlich immer noch den jungen wieder rausholen immer wieder ein bisschen was machen lassen alle dann mach versuch ich mal ich weiß zwar nicht ob ich gucke einfach mal vielleicht hat er auch groß keinen effekt dann mit rohona was ich dann lua nach hinten machen müsste in der theorie und rohona besser vorholen ja 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 Ich spiele ja nur die Lokalisierung und ich finde es toll. Äh, ich hänge fest. So, hier müsste eine Schatztruhe sein. Ja, das habe ich auch befürchtet. Okay, das sind nur gewönte Käferchen. Ich will was Neues fangen. Äh. 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 Haben die Blumen was Neues? Ah, krass. Jetzt? Ich hab zu viel Kram in der Tasche. Oh. 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 Okay. Ich weiß, hier sind Felder. Ich glaube, ich muss wiederkommen. Ich muss, glaube ich, ganz dringend wiederkommen. Na ja. Ja, nur weil man Mod ist, ist das für mich kein Grund, an irgendwas rum zu kritisieren. Ich finde immer gerade, wenn man Mod ist, sollte man zu etwas voll und ganz stehen. Klar, Fehler sind immer blöd. Aber man sollte etwas, wofür man einsteht, nicht schlecht machen. Das ist für mich eigentlich das aller, aller, allerletzte, was man tun sollte, wenn man irgendwo so einen Titel wie Moderator oder Game Master oder sonst irgendwas hat. Aber vielleicht bin ich da auch noch zu einer ganz anderen Zeit aufgewachsen, wo das alles ganz anders gehandelt wurde. So. Aber wir machen auf jeden Fall nächstes Mal weiter. Wie gesagt, es ist bei mir auch anders. Ich bin auch ständig bei meinem Ultima Online Server. Die Mods ermahnen, obwohl ich gar keine, also die Game Master ermahnen, obwohl ich selber gar kein Game Master bin. Leute, bitte beachtet, ihr seid Game Master. Ihr dürft nicht aus eurer Player-Sicht reden. Weil das ist immer für viele ganz, ganz schwierig, weil als Game Master, als Moderator, darf man, oder sollte man darauf achten, ob man jetzt für sich oder für seine Firma spricht. Also ich nenne es jetzt einfach mal Firma. Weil man, man vertritt etwas, man steht für etwas ein und man ist das Aushängeschild. Und da sollte man nicht einen schlechten Eindruck auf sein Aushängeschild machen. Ist meine Ansicht. Aber ich bin eh übermüdet und rede wahrscheinlich wieder viel zu frei heraus. Ich schicke euch jetzt ins Bett. Geht schlafen, das habe ich auch vor. Ich hatte heute Nacht, ich glaube drei oder vier Stunden, wenn man es Nacht nennen kann, heute Morgen, drei oder vier Stunden Schlaf, weil ich Ann with an I geguckt habe. Die komplette Staffel durch. Wir sehen uns nächsten Dienstag. Ich überlege nur, ob ich dann wieder Atelier spiele oder irgendwas anderes. So, tscheeel.